Hallo, herzlich willkommen im Stubo Heim Linz. Mein Name ist Julius und ich wohne seit ca. einem Jahr hier. Heute möchte ich euch die Highlights vom Studentenwohnheim zeigen. Los geht's! Gleich hier im Eingangsbereich kannst du dich mit Freunden oder Mitbewohnerinnen treffen und gelangst mit dem Lift direkt zu deinem Zimmer. Bei den Apartments kannst du dich entscheiden zwischen kleinen und großen vollmöblierten Einzelapartments mit eigener Kleinküche, deinem eigenen Bad und WC oder für Pärchen besonders fein sind die zwei Apartments mit Doppelbett. Ich habe mir für dieses Wohnheim entschieden, weil mir die moderne und praktische Einrichtung und der Style der Apartments besonders gut gefallen hat. Du hast hier außerdem eine breite Matratze und superschöne Fenster. Hier hast du auch je nach Zimmer einen schönen Ausblick und manche Apartments kannst du auch mit einem eigenen Balkon buchen. Neue Freunde kannst du in dem Wohnheim quasi überall treffen und kennenlernen. In den Gemeinschaftsküchen kannst du mit anderen Bewohnerinnen und Bewohnern kochen und falls du Lust hast auf Sport, Fitnessstudio, gemeinsam trainieren. Hier gibt es Geräte, einen Cardio und einen Freihandelbereich. Und wenn du vom Studienalltag abschalten willst, kannst du in der Sauna ein wenig runterkommen und chillen. Apropos chillen, hier in der Waschküche, die sich direkt im Haus befindet, kannst du auch deine Wäsche waschen und trocknen. Außerdem wird der Zimmer kostenlos gereinigt. Lerner und auf die Uni konzentrieren kannst du übrigens nicht nur in deinem Apartment, sondern auch in der Learning Lounge. Und das Gratis-WLAN gibt es im ganzen Haus. Für alle Musiker gibt es außerdem einen Musikproberaum, wo du ungestört proben kannst. Und im Partyraum daneben kannst du deine Musik hören, Freunde treffen und Filme schauen. Ein weiterer Grund, warum ich mich für dieses Heim entschieden habe, ist die perfekte Lage. In nur acht Minuten bin ich zu Fuß bei der Uni und bei diversen Freizeitmöglichkeiten im Grünen. Außerdem gibt es einen Fahrradabstellraum, Parkplätze, falls du ein Auto hast und eine gute Öffi-Anbindung. So bist du auch ganz schnell beim Bleschingersee, am Böstlingberg, im Stadtzentrum oder beim Aus-Elektronika-Center. Ja, ich hoffe, ich habe euch ein paar coole Sachen vom Stubo-Lins zeigen können und dass ihr einen super Eindruck bekommen habt vom Studentenwohnheim. Und ich würde mich extrem freuen, wenn wir uns demnächst vielleicht dann hier auch schon sehen. Bis dann!